Endlich! Weißt du, wie lange ich es schon hatte? Du musst lauter klopfen, so, sonst höre ich das nicht. Und die Pizza? Wo ist die Pizza? Pizza kommt gleich. Polizei? Wieso Polizei? Was wollte der Bullen denn schon wieder von mir haben? Wer ist da? Hausverwaltung! Weg von der Tür! Geh! Glocke. Wow! Vielen Dank.